Herzlich willkommen meine lieben Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier das Finale für diese Scream-Karte spielen. Die ersten drei Runden habe ich souverän absolviert, also kein einziges Gegentor, ist auf jeden Fall gut gelaufen. Man kennt ja die Platinabwehr hinten, ich würde sagen wir gehen dann einfach ins Spiel. Fitness passt auf jeden Fall auch, Messi ist auch auf der Bank, also alles wie gewohnt, gehen wir rein, suchen wir einen Gegner. Da ist schon einer, Finale Gegner, wäre natürlich nice, wenn ich es direkt beim ersten Mal wiederholt, wie immer fast. Die letzten drei Mal habe ich es glaube ich immer beim ersten Mal geholt, wäre natürlich nice, wenn wir es diesmal auch beim ersten Mal holen. Okay, so ein Team, der Gegner da tut mir schon leid, dass er mit so einem Team dann gegen mich spielen muss, aber ganz klare Kiste müssen wir gewinnen. Müssen wir zu Null gewinnen, das Turnier gegen das Team, das ist das Schwächste bis jetzt überhaupt und das bekommen wir im Finale. Trotzdem nicht unterschätzen, der Gegner kommt nicht umsonst ins Finale. Ich hoffe nicht, dass er Zeit spielt, weil das wäre nervig, wenn er so hauptsache keinen kriegen, da gibt es ja genug von den Gegnern. Hauptsache kein Gegentor spielen. Ja, gut gemacht vom Gegner, aber gut aufgepasst. Ich habe schon umgestellt, ich glaube nicht, jetzt drücken wir beim nächsten Ball mal Pause. Wenn wir den Ball an einer guten Stelle haben, hauen wir einfach mal vor. Ne, habe ich noch nicht gemacht, okay. So, stellen wir noch schnell um. Die Minuten absolvieren, wir sind bis jetzt gut dabei. Guter Schuss, also einfach besser konzentrieren, dann wäre er da nicht durchgekommen. Ja, der ist nicht umsonst im Finale. Der Geräusche, zack. Elfmeter, ja. Dann muss er geben, das ist ein ganz klarer Elfmeter. Rot wäre natürlich auch noch gut. Aber er gibt gar nichts, um was sein Gomez da hinten macht, als Stürmer. Der IV weiß ich da auch nicht so, wenn er natürlich mit Ronaldo treten. Jawohl, 1-0 Ronaldo, sauber. Kommt mal das erste Mal vor, ich denke, dass der Baller den auch reingemacht hätte, wenn er da nicht gefoldt worden wäre. Wäre also souverän verwandelt. 1-0. Schauen wir mal, wie es weitergeht. So. Auf geht's, Jungs. Komm, direkt zweites Tor wäre wichtig. Komm. Mach ihn. Schade. Komm, hinter. Da kann er zulaufen. Da oben ist es ganz frei. Okay, komm, Digga. Die Mannschaft ist aber wieder mit hinten. Das war ein Fehler, Digga. Und dann sollten wir eigentlich Ronaldo nutzen. Jawohl, 2-0. Schauen wir mal, vielleicht geht er ja schon raus bei 2-0. Denkt er sich, oh, gegen mein Team hat er keine Chance. Komm, geh raus. Nein. Scheiße. Ehrgeiziger Gegner. Aber er ist noch ihm raus. Nö, heißt, er könnte noch rausgehen. Ich hoffe jetzt nicht, dass er seinen Controller weglegt. Also das habe ich jetzt keinen Bock da, wie lange das dann dauert. Dass er dann da einfach nur chillt. Gibt's ja auch so Gegner. Wala. Sauber. Er hat Meta rausgeholt und direkt. Ja, der muss vorher schon rein mit Ronaldo. Das... So was darf ich nicht liegen lassen. Das ist eine tausendeprozentige Möglichkeit. Gerade mit Ronaldo. Wechselt auch ein. Hazard und Suarez. Auch trotzdem Einwechslung. Sollten wir das locker gewinnen können. Ja. Das war kein guter Ball da, der Lange. Ja, der wird bumpen. Ja, das war vorhersehbar. Dass wir da einen Gegentor bekommen. Aber... Kann passieren. Jetzt spielen wir das Turnier nicht zu Null. Scheiße. Aber... Ist mir eigentlich auch egal. Hauptsache Gewinn. Das ist das Entscheidende. Die Not können wir ja auch noch wechseln. Aber defensiv ist ja nicht gut. Das merkt man einfach. Ronaldo. Und durchs Gegentor war natürlich... Ja. Hab ich den Fehler gemacht. Und dann passiert's. Aber 3-0. Ja, 3-1 wäre schon irgendwann wichtig. Weil nicht, dass er dann irgendwann nochmal vor's Tor kommt. Ja, aufpassen Jungs. So war es jetzt nicht schnell. Komm, mein Rentner. Hol ihn dir. Sauber. So kennt man ihn. Alessandro rüber. Dybala. Zack. Griezmann. Dybala wieder auf freiem Fuß. Und das sollte jetzt... 2-1. Nein. Nein. Ey, Griezmann. Ach, Dybala. Verspringt da wieder im letzten Moment der Ball, dass er bloß nicht reingeht. Das war vorher schon mal so. Also... Guck. Mir ist ein bisschen komisch vor, dass sowas dann immer kurz vorm Tor passiert. Ja, Valencia. Er kriegt da nicht. Dann versuchen wir direkt den Lücken zuzulaufen. Er hat es noch bekommen. Er hat immer noch das Gegenteil, dass wir den 2. Leider mit Dybala nicht gemacht haben. Ganz klar ist Foul. Abwehrball ist natürlich am Start und Buffon. Das war kein guter Ball. Oh, nee. Sauber, komm. Ey, Griep Ding. Wer war das Pogba? Lauf doch zum Ball. Blauenpflücker da. Oh, machen wir einfach mal drauf. Oh, gute Parade von seinem Kipper. Hat er gut geholt. Ecke mit Dybala. Kommt gut, Poggi. Oh, Aluminium. Stark. Wahrscheinlich sehr, sehr starker Griecher. Vom Abwehrmeister. Jetzt krieg's man. Na ja, ein bisschen zu kurz. Größere Stimme hätte den wahrscheinlich reingemacht. Stark, Rentner. Vasadi am Start. Oh, nee. Immer fast. Selbst wenn er durchkommt, was abseits. Ein Angriff wäre nochmal nice vor der Halbzeit. Für uns natürlich. Aber, na. Pogba. Da geht da die Murmel. Aluminium passt wieder wie immer gut auf. Geh mal rein in die Halbzeit. Geht in Ordnung, das war führen würde ich sagen. Hätten sogar das eine Tor mehr machen müssen. Er hat seinen einzigen Torschuss genutzt. Hat er gut gemacht. Habe ich auch nicht gut verteidigt bei der Minute da. Weiß nicht. Also, hätte ich viel, viel besser machen müssen. In 2 in der Hälfte will ich natürlich noch ein Tor schießen. Minimum eins. Roni. Abgefälscht. Schade. Er gibt wieder eine Ecke. Schauen wir einfach mal. Dybala. Kann das ja recht gut mit den Ecken. Kommt auch gut, aber... Boah, da geht leider keiner hin. Sein Kipper fliegt sogar vorbei. Dybala steht da wieder. Na, Dybala. Togi hat den zum Glück. Ich spiele doch erst auf Dybala. Abwehrboss. Okay. Wieder Kusherni sehr stark. Der Dicke da. Komm, Roni, jetzt 3-1. Dann wäre ich sehr zufrieden mit dir. Oder so. Ist auf jeden Fall in Ordnung, Freunde, dass wir hier das 3-1 machen. Also es geht vollkommen in Ordnung, dass wir hier mit 3-1 in Führung gehen. Aber den muss Ronaldo eigentlich so schon machen, weil, naja, klar, der Verteidiger ist da, aber... Alle drei Offensivkräfte getroffen vorne. Und auch mittlerweile dann das Gegentor verkraften, wenn man wieder mit zwei Toren vorne ist. Schade, da springt Ronaldo leider der Ball da vorne. Ja, komm. Miro hinten dicht machen. Wieder runter spielen, ja, klar. Boah, Keeper war glaube ich noch dran. Nicht genau gesehen, aber... Ein bisschen... Anstrengend. Es kann nicht sein, dass wir da gegen den schlechtesten Gegner vom Team her da am meisten zulassen, weil die vorherigen Partien muss ich fast gar nichts machen mit der Abwehr. Was ist jetzt los? Ah, okay, Freistoß. Werden wir natürlich mit Ronaldo schießen. Aus der Entfernung können wir mal direkt draufzimmern. 35 Meter. Oh, der stellt sogar die Mauer relativ gut. Also, dass ich gut schießen kann. Schade. Ja, wahrscheinlich weiter rüberziehen müssen. Aber ist okay, komm. Ja, was macht mir eigentlich Spaß? Ah, nie im Sturm aktuell. Wahrscheinlich beim Freistoß mit vorne. Da kann ich mir das nicht erklären. Starko Schäni. Wieder zur Stelle da. Also, perfekt. Der beste Verteidiger im Spiel. Komm. Ja, den wird er nicht schon. Können wir natürlich runterlaufen, weil da bitte... Ah, das war mir eigentlich sowas von klar. Da den Ball erobern konnten. Starko Schäni. Sehr, sehr gut gemacht. Vom Abwehrboss. Komm. Komm mal vor Ort. Zack. Und Griezmann und der sollte jetzt die Entscheidung machen. Wie denn nicht? Also, das gibt es nicht. Warum geht der nicht rein? Oh, mein Gott. Extra lange gewartet. Extra so gemacht, dass er den auf jeden Fall mit links schießt. Da hat Donnarumma mit dem... mit der Fußspitze noch geholt. Sollte weg sein. Ähm, ich werde jetzt auch nochmal wechseln. Die letzten 20 Minuten bringen wir nochmal... Meine drei Wechsel bringe ich einfach nochmal am Stratz-Bock irgendwie drauf. So. Messi darf diesmal im Sturm spielen. Gerard. Gerard. Allein... Sein Tempo ist ja schon richtig geil. Sein Abschluss auch, aber er wird jetzt leider geblockt. Geht der nicht rein. Ich habe gar nicht gesehen. Der Ball war so schnell. Wo der abgewurte Verteidiger hat er. Meine Keeper. Okay. War nämlich gar nicht gesehen. So schnell war der Schuss. Lassen wir auch Gerard die Ecke schießen. In Richtung Poggi. Ronaldo ist auch okay. Er sollte nochmal einen Ruf für uns geben. Ja. Können wir den langen Ruf machen, wenn Ronaldo... Da hingeht. Ja. Kommt leider nicht so weit. Messi kommt, Oli. Sehr schön. Vasani. Unverscheinlich sehr stark. Sehr stark. Wieder auch dank unserer guten Defensive gewonnen. Ganz klar. Und wenn wir natürlich viel, viel mehr Tore machen müssen. Das ist auch wieder das Thema. Wie immer. Aber... In 3-1, 10 Minuten vorm Ende ist es auf jeden Fall in Ordnung. Aber es muss in Zukunft besser gehen. Dass ich da noch mehr Chancen reinmache. Das ist kein Abseits Lionel. Ja, der macht den 4-1. Edgülderische Entscheidung. Also jetzt ist der Sack auf jeden Fall zu. Und das Ding werden wir uns nicht mehr nehmen lassen. Gegner quittet nicht. Also ich hoffe, dass er nicht quittet. Bei der Siegesfeier würde ich sehr, sehr gerne sehen. Ja, jetzt vergessen die... Dass die Verteidigung vorläuft zu machen. Aber passiert nichts, weil Vasani wieder gut aufpasst. Messi stark. Schade, aber es gibt eine Ecke. Warum Pauke hier auch noch mal rein? Oh, dahin kommt einer. Wie der Gegner nicht mehr, oder was? Wie der nicht mehr? Anscheinend spielt er nicht mehr. Also ist ja egal, ob wir 4-1 oder 5-1 gewinnen. In jedem Fall haben wir gewonnen. Ne, der spielt auf keinen Fall mehr. Testen wir nochmal Gerard seinen Schuss. Sehr guter Schuss. So, jetzt müssen wir halt nur warten, bis er den Abstoß dann ausführt. Aber ja, ich muss jetzt auch nicht unbedingt dann noch 10 Dinger reinmachen. Wenn der Gegner nicht mehr spielt, ist ja dann eigentlich egal. Ja, jetzt ein Team kostet ja 5k oder so. Kommissar, Kuschel nie mehr. Die ist ein komplettes Team. Ah, spielt wieder. Dann natürlich nur einen reinschenken. Komm. Lionel. Ja, 5-1. Warum er den allerdings nicht direkt schießt, ist mir ein Rätsel. Aber ist drin Hazard, sauber. Sehr gut mit Messi gewartet auf der Linie. Natürlich ist da ein bisschen Glück dabei, dass der Verteidiger da so komisch weggeht bei ihm. Aber ja, macht ja nichts im Endeffekt aus. Ich habe gesagt, wir müssen das gewinnen. Und das haben wir. Das haben wir ganz eindeutig gewonnen, das Ding. Wir hier den Abwehrboss sehen wir natürlich auch. Auch sein Teil natürlich beigetragen. Sehr, sehr gut verteidigt. Top-Leistung von der Mannschaft. Einmal kurzen Fehler gemacht. Wurde natürlich direkt mit einem Tor bestraft. Aber sonst sehr, sehr gut gespielt. Ausmaßwertung hätte man auch noch ein, zwei Tore mehr machen können. Aber im Endeffekt bin ich zufrieden. Hauptsache wir haben gewonnen. Jetzt sehen wir die Platin-Mannschaft, wie sie feiert. Sehr, sehr nice. Auch Messi hat nochmal 20 Minuten bekommen. Freut er sich auch nochmal ein bisschen. So, schauen wir uns natürlich die Siegerehrung auch noch an. Da kommt gar nicht wer. Kapitän ist eigentlich, muss ich da mal Koscielny einstellen. Weil er einfach der Boss ist im Team. Abou-Freund ist auch in Ordnung. Ja, da rennt man im Tor. Das wäre einfach sehr, sehr nice, dass wir das Ding geholt haben. Jetzt öffnen wir das Pack. Ich weiß gar nicht, ob man da ein Walkout draus ziehen kann. Ich glaube, auch Arthur Ries ist der Beste, den man ziehen kann. Schauen wir einfach mal. Ihr seht es auch an der Statistik. Geht vollkommen in Ordnung, dass wir gewinnen. Ich habe es gesehen, das Spiel. Ich mache jetzt einfach das Pack schnaufen. Und dann hoffe ich, dass da was Gutes rauskommt. Ich weiß nicht mal, ob es tauschbar ist. Lukaku könnte, glaube ich, teuer sein. Aber den Rest weiß ich jetzt nicht. Lukaku ist aber auch kein Walkout. Ich würde sagen, ich mache es einfach mal auf. 3, 2, 1, go. Komm. Kein Walkout. Und wer ist es? Payette ist lecker. Also Payette ist vollkommen in Ordnung. Payette ist sehr, sehr lecker. Jetzt nur die Frage, ist der Kollege tauschbar? Er ist tauschbar. Und das ist ein sehr, sehr nicer Spieler. Ist überhaupt nichts wert, der Kollege. Mit 87. Gerade mal 40.000. Hört ich mir mehr erwartet für den. West Ham, also. 39. Also so viel ist das nicht. Ich werde ihn reinstellen, der geht eh noch weiter runter. Genau für 40.000 rein. Aber ist okay. Hätte natürlich auch ein 10k Spieler sein können. Ich weiß jetzt nicht, ob es auch die für 10k gibt, die anderen Spieler. Aber ich denke schon, dass es da billigere gibt. Können wir mal schnell nachschauen. Einfach was ein Hakan Sharanudu zum Beispiel kostet oder so. Ich denke ich, dass der so viel wie ein Payette kostet. So, schauen wir einfach mal den noch nach. Hakan und dann noch diesen Budeboost. Dann werde ich das Video auch beenden. Okay, der kostet überhaupt nichts. Der kostet 12.000. Das ist okay. Da haben wir sozusagen das Vierfache, was man kriegen kann, gekriegt. Ist auf jeden Fall ordentlich. Ich denke, dieser Budeboost ist auch nichts wert. Budeboost. Die könnt ihr natürlich auch investieren, Freunde. Die Scream-Karten. Können wir auch vorstellen, dass man die für eine Challenge demnächst noch mal brauchen wird. Und dann einfach so zack auf jeden Beden. Relativ leicht Wetter viele bekommen. Und ich würde sagen, das wäre es mit dem Video gewesen. Wenn es euch gefallen hat, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Ciao, ciao. Bis die Tage, meine lieben Freunde.